Halli alle, meine Lieben und Freunde, willkommen zu einem neuen Video-Mei-Tronen-Welt. Ich und mein Verein, das war auch, wir hatten in den letzten Tagen ein paar Auftritte. Und zwar hatten wir bei Kinderkarreisveranstaltungen und in Altersheimen und in einer Behindertenwerkstatt Auftritte. Und bei Großveranstaltungen, also wie bei Stärkezweck oder bei so einer Kostümparty, keine Ahnung, ich hab das nicht richtig verstanden, also auf jeden Fall haben die das schon so ihre Kostüme an, die ihr Karneval anziehen wollen. Und ja, also ich geh grad zum Ohren um den Hals hin. Und zwar haben also auch die Omas und die, ich sag jetzt auch mal die Behindertenleute, ich weiß grad nicht, wie ich das ausdrücken soll, die haben halt auch zwischendurch, also wir haben dann auch so Orden gebastelt, das ist jetzt aus der Behindertenwerkstatt. Also in der Behindertenwerkstatt, wir fanden das halt schön, also wir haben uns sehr gefreut, dass die sich so gefreut haben. Und zwar haben wir in der Behindertenwerkstatt noch so geschuggelt, also man hält sich so, man fragst du einen und so. Und die haben sich halt total gefreut, ich hab's total gefreut, weil wir fanden das sehr schön. Wir haben das auch gefühlt, also ich schneid das auch noch mit rein, nicht, dass ihr jetzt denkt, was ist das? Also wir haben das, wir haben auch noch geschunkelt. Also von den ganzen Auftritten habe ich jetzt einfach so ein paar Sachen zusammengeschnitten von den Tänzen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video und da würde ich auch mal sagen, los geht's! . Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 ��� Okay, ich habe gerade einen Kommentar vom Hande der Rat bekommen. Es macht so viel Spaß. Und abwärts. Es macht so viel Spaß. Weil wir hier im Karneval die tollsten Sachen machen. In Thailand tanzen, singen Witzen, Schopenhacken sonst. Gucken wir mal die Maschinen aus. Und noch, und noch uns. Gucken wir doch gerne in unsere Schlöcke. Und noch, und noch uns. Und noch uns. Da sind nur Jette, Leute. Und noch uns. Wir werden nur Schloss und Freude. Und noch uns. Da spießt man uns, ja. Und noch am nächsten Dude zu Might auf. Genau! Und noch uns. Und noch uns. Ja, 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 ja.